Heute gehe ich den Wiener Wasserleitungsweg vom Hirschwang bis nach Kaiserbrunn, dieser versorgt uns mit Wasser in Wien. Da führt entlang der Schwarzer durch das Höllental. In der Schwarzer werde ich heute vielleicht baden. Mal schauen. Hier sieht man die Raks Seilbahnstation. Untertitelung im Auftrag des WDR Musik 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 Erfrischen Was denn jetzt? Barca Arthats Pinyats nicht Musik 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 So, jetzt wieder aus der Schwarze heraus. Es ist ziemlich kalt, aber es stärkt das Immunsystem und die Abwehrkräfte. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Also kommt einmal her zum Baden hier ins Höllental. Gelegen zwischen Schneebären und Schleppern. Musik Hier gibt es tolle Kiesbänke und hier kann man super schwimmen gehen. Sehr afrischend und angenehm. Musik 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 Schlafplatz für heute Nacht auch schon gefunden. Musik 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 Das war's. Ein paar Meter noch und ich bin am Ziel in Kaiserbrunn. Übrigens ist es auch eine beliebte Motorradstrecke. Von hier kommt unser Leitungswasser. Das Wasserwerk in Kaiserbrunn. Es gibt auch ein frisches Wellwasser hier aus Kaiserbrunn. Das Wasserwerk in Kaiserbrunn. Das Wasserwerk in Kaiserbrunn. Das Wasserwerk in Kaiserbrunn bis zum wirdsichtig der Wasserstation. Untertitelung des ZDF, 2020